Hey Leute, heute mit einem Video zum Thema Ex zurück. Und zwar etwas ein bisschen Widersprüchliches. Denn was ihr hören müsst, um weiterzukommen, ist in einer Vielzahl der Fälle nicht das, was ihr unbedingt hören wollt. Und damit will ich nicht drauf raus, dass die meisten einen garantierten Weg wollen, ihre Ex zurückzubekommen und dann solchen Leuten eher zuhören, als denen, die es wirklich gut mit ihnen meinen und das passende Wissen haben. Das kommt vor, aber viele gleichen auch Erfahrungen ab und sind realistisch genug, um zu merken, dass niemand euch das versprechen kann. Geschweige denn, dass man seine Ex dadurch zurückbekommt, einfach ein paar magische Sätze zu schreiben oder einen Fünf-Schritte-Plan abzuarbeiten. Dafür sind die Umstände meistens wirklich zu individuell. Wenn ich sage, dass etwas zu individuell ist, meine ich damit nicht die evolutionspsychologischen Grundlagen oder die Wirkungsweise von Anziehung und Bindung, sondern eher die Basis der Trennung. Man kann einfach keine feste Reihenfolge von Dingen benennen, die getan werden müssen, um ein Ziel zu erreichen, welches einen eigenen Willen hat. Das ist, als würde man versuchen, mit einer Waffe immer auf dieselben fünf festgelegten Punkte zu schießen. Das funktioniert dann in Übungen mit festen Zielen ganz gut und damit wird es dann auch erklärt. Das Problem hierbei ist, dass unser Ziel sich in der realen Welt bewegt und selten an dieser Stelle stehen wird, die wir in solchen Programmen und Plänen festgelegt haben. Das bedeutet, dass wir nicht proaktiv handeln dürfen. Das ist jetzt vielleicht für manche ein weit hergeholtes Beispiel, aber genau nach diesem Schema läuft das in diesem Geschäft ab, wenn man euch aktiv etwas in die Richtung der Ex machen lässt. Ihr wisst nie genau, wo sie sich innerlich befindet, wie weit sie ist und wie viele Zweifel sie vielleicht noch hat. Das heißt, wenn ihr mit der Hoffnung daran geht, etwas in ihnen bewegen zu können, werdet ihr meist enttäuscht, weil ihr das exakte Gegenteil erreicht. Ihr denkt, sie würde sich emotional wieder öffnen, wenn ihr nur das Richtige sagt oder schreibt. In Wahrheit drängt ihr sie damit noch mehr in die Verteidigungshaltung, weil ihr ihre gesetzten Grenzen und ihre ausgesprochenen Grenzen nicht akzeptiert und respektiert. Aber das ist es, was ihr hören wollt. Ein Plan. Etwas, was euch das Gefühl von Kontrolle gibt und euch Ergebnisse garantiert. Ihr wollt anfangs nicht hören, dass es vielleicht schlauer wäre, diese Schlacht nicht zu schlagen und dafür langfristig den Krieg zu gewinnen, indem ihr es nicht noch schlimmer macht und eure Kräfte für euch einspart. Das Problem dabei? Die Illusion der Aktion. Ihr seid es gewohnt, für ein Ergebnis arbeiten zu müssen und nichts zu tun, widerstrebt eurer Natur. Dabei kann man es genauso als willentliche Entscheidung ansehen, nicht zu handeln. Das ist manchmal sogar schwerer, weil man daran zweifelt, damit etwas zu erreichen. Die Sache ist nur die, manchmal erreicht man mit Schweigen und dem richtigen Handeln tausendmal mehr, als wenn man einen unüberlegten Schnellschuss startet und sich nur darauf verlässt, was andere einem als gut gemeinten Tipp mit auf den Weg geben. Diese Welt funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise. Tendenziell funktionieren wir Menschen nicht so unterschiedlich, wie das in der Gesellschaft gerade propagiert wird. Gut, hier muss man vielleicht Männchen und Weibchen trennen, denn sie sind in ihrer Funktionsweise komplementär. Also sie ergänzen sich und haben damit unterschiedliche Stärken, Schwächen und Arten mit Situationen umzugehen. Aber das kann man verstehen und es ist niemals eine Ausrede zu sagen, dass man das Gegenüber eben einfach nicht verstehen kann. Denn die Konsequenzen jeder Aktion werden folgen und diese beruhen darauf, wie wir funktionieren. Deshalb kann ich so gut voraussagen, was passieren wird, wenn ihr mir eine gewisse Grundlage eurer Situation schildert und wie ihr in dieser zum Schluss gehandelt habt. Ist natürlich eine außergewöhnliche Fähigkeit und grenzt schon an Hellseherei, wenn ich jemandem, der keine Ahnung von diesen Dynamiken hat, erkläre, dass seine Frau so und so handeln wird und das dann auch so passiert. Aber es ist etwas, was schlichtweg auf Fakten von Anziehung, Bindung und maskulin-femininer Polarität beruht. Und das kann jeder lernen, wenn er bereit ist, es zu verstehen. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, auf den ich raus will. Diese Bereitschaft hat nicht jeder. Gerade nach einer Trennung will man den schnellen Weg. Man empfindet Urängste, die einen so stark belasten, dass man denkt, man würde ohne sein Gegenüber nie wieder glücklich werden. Das eigene Interesse an der Person steigt. Das Interesse von ihr an sich sinkt. Ihr Wert steigt. Euer für sie sinkt. Und in dieser Position seid ihr relativ machtlos. Ihr könnt eigentlich recht wenig tun. Gerade, wenn schon der hässliche Satz, ich habe keine Gefühle mehr für dich gefallen ist. Sehr vieles, was in einer Trennung gesagt wird, ist irrelevant. In gefühlt neun von zehn Fällen handelt es sich um Anziehungsverlust. Und im Versuch, diesen Verlust an Gefühlen zu verstehen, sagen Leute, die sich trennen, das, was ihnen am sinnvollsten erscheint und euch anfangs am wenigsten verletzt. Vielleicht pfeifen sie auch drauf und ghosten euch direkt oder werden eiskalt, damit ihr keine Chance wittert, wieder zusammenkommen zu können. Das ist aber alles egal. Anziehungsverlust ist Anziehungsverlust. Gefühle kann man nicht verhandeln. Weder mit sich selbst noch mit ihnen. Bei euch ist das wichtig zu verstehen, weil ihr durch einen gewissen Prozess durch müsst, um wieder unabhängig, unbedürftig und glücklich zu werden. In Hinsicht auf sie ist das wichtig, weil sie gerade emotional nicht offen für euch sind und jede Aktion von eurer Seite so aufgefasst werden wird, wie sie sich gerade fühlen. Wie sie euch einschätzen. Und in ihren Augen seid ihr ihr Ex, mit dem sie nicht länger zusammen sein wollen. Also habt ihr keinen besonders guten Stand. Meldet ihr euch bei ihnen oder nutzt Aktionen, um sie zurückzugewinnen, da habt ihr einfach die Arschkarte. Denn da wird direkt gedacht, dass ihr bedürftig seid. Ihr sie mehr wollt, als sie euch. Und damit sinkt für sie euer Wert nur noch mehr. Es gibt kaum eine Möglichkeit, an sie heranzukommen und positiv auf sie zu wirken. Und wenn ihr positiv auf sie wirkt, bleibt das Gefühl da, wo es ist. Es steigt nicht. Denn das ist an ihre Zweifel und negativen Gefühle euch gegenüber geknüpft, die erstmal sinken müssen. Dafür braucht sie Zeit und Raum. Also könnt ihr mit einer Meldung oder Aktion ihnen gegenüber nur alles auf dem Level halten, auf dem es ist. Oder es absolut in den Keller treiben. Also gleich oder immer schlechter. Aber nicht zum Positiven hin. Dafür müssten sie offen für euch sein. Und das wiederum sind sie erst wieder, zumindest offen genug, wenn sie das auch durch Taten zeigen und ungefragt auf euch zukommen. Wenn sie dabei Interesse an euch zeigen. Das werden sie vermutlich nicht, wenn ihr in der Zeit nur daran gearbeitet habt, optimal auf sie zu wirken, wenn sie sich melden. Denn dann war euer Ziel, eine bestimmte Reaktion bei ihr zu erreichen. Und ihr habt keinerlei Entwicklung durchgemacht, die ihr wirklich konkurrent zeigen kann, was sie davon hätte, wenn sie euch wieder an ihrer Seite haben würde. Plus eure Bedürftigkeit. Die sinkt kein Stück ab, wenn ihr euch während dieser Zeit komplett auf sie einschießt und euer Leben und eure Gedanken um sie herum aufbaut. Euer komplettes Mindset muss weiter sein als zum Zeitpunkt der Trennung und möglicherweise sogar weiter als zu eurer besten Zeit miteinander. Im besten Fall akzeptiert ihr selbst nicht mehr, was ihr am Ende mit ihr hattet und erwartet auch eine starke Entwicklung auf ihrer Seite. Hier kommt das Video Anziehung. Erklärt euch nicht, diskutiert nicht, macht ins Spiel. Habt euren Frame und erklärt ihr nicht, was ihr von ihr erwartet. Entweder sie tut es oder eben nicht. Entweder es passt oder eben nicht. Und passen bedeutet nicht, dass sie zurück will und ihr das direkt so annehmt, sondern dass sie sich so verhält, dass ihr in der Lage seid, über lange Zeit Anziehung von ihr zu euch zu erhalten. Es ist davon abhängig, ob ihr euch in die Lage gebracht habt, jemand zu sein, der das kann und ob sie mitzieht oder nur etwas von euch erwartet. Das sagt euch vielleicht niemand, der euch einfach nur eine Strategie verkaufen will, die euch eine maximale Erfolgsquote verspricht. Aber es geht primär nicht einfach um Ex zurück. Es geht darum, dass ihr dafür verantwortlich seid, ob eine Beziehung angetreten wird und ob sie funktioniert. Ihr entscheidet das. Da habe ich schon Diskussionen mit Leuten geführt, die noch lange nicht weit genug waren. Meine Worte waren, es liegt zuallererst an dir und deiner Einstellung, ob das wieder etwas wird. Daraufhin kam dann mehrmals zurück, aber wenn sie nie wieder auf mich zukommt, dann ist das doch alles egal, was ich mache. Ja, nur willst du deshalb im Dreck liegen bleiben und dein Schicksal akzeptieren? Wegen etwas, wo sowieso niemals die Chance da gewesen wäre? Euer Ziel, wenn ihr eure Ex zurück wollt, muss emotionale Ruhe und Unbedürftigkeit sein. Durch den Willen dazu erreicht ihr ein gewisses Loslassen, eine Akzeptanz der Situation und das Wissen durch Selbstbestätigung, was ihr kontrollieren könnt und was nicht. Und das ist eine ganze Menge, aber eben nicht unbedingt im Außen oder in anderen Personen, sondern es ist eure Einstellung und der Weg zum eigenen persönlichen Glück. Das ist nicht von anderen abhängig, auch wenn es sich momentan für euch so anfühlen kann. Diesen Weg mit dem Fokus auf die eigene Entwicklung, die fünf Lebensbereiche, Arbeit, finanzielle Sicherheit, Hobby, Sport, Gesundheit, sozialer Kreis und inneres Glaubenssätze. Und ja, das eigene Glück ermöglicht euch tatsächlich die beste Chance darauf, dass ihr wieder interessant für eure Ex werdet. Denn mit genug Abstand, den passenden Umständen, die sie sowieso dafür bräuchten, dem Fading-Effect-Bias, Bindung, vielleicht sogar selbstzweifeln, investieren sie innerlich wieder sehr viel da rein, über euch nachzudenken, mehr über euch zu erfahren und euch wieder näher zu kommen. Vielleicht über andere Personen, Social Media, nen Indirect-Direct-Approach. Wer weiß schon wie. Das ist wirklich individuell. Aber wenn irgendwas zu einer guten Beziehungsdynamik führt, in der ihr wirklich wieder anziehend auf eure Ex wirkt und ihr das in eine gute, glückliche Beziehung verwandeln könnt, dann ist es dieser Weg. Der führt einzig und allein durch euch und da hat eure Ex nichts in eurem Fokus oder auch nur am Rand des Spielfelds zu suchen. Das wollt ihr, wie gesagt, möglicherweise nicht hören oder nicht verstehen. Ich kann euch nur versprechen, was euch in die bestmögliche Position bringt, um a. eine Grundlage für euer eigenes Glück zu schaffen. Und das ist garantiert, wenn ihr diesen Weg geht. Und b. euch passiv wieder für eure Ex interessant zu machen. Das ist niemals garantiert. Es aktiv anzugehen, wird in den meisten Fällen schiefgehen, da ihr nicht wisst, wo sie steht. Und zu versuchen, das herauszufinden, schadet eurem Mindset und ihrer Meinung von euch. Es setzt euren Wert noch weiter runter und kostet sehr wahrscheinlich Respekt. Und Respekt ist die absolute Grundlage für Anziehung. Ohne Respekt werdet ihr niemals mehr etwas bei dieser Person auslösen, außer vielleicht Mitleid. Ihr seht, es ist paradox. Ihr müsst loslassen, um eure Ex zurückzubekommen. Ihr müsst euch in eurem Tempo, aber so schnell wie euch eben möglich von ihr abwenden. Ja, ihr müsst verarbeiten, aber ihr verarbeitet die Trennung und nicht sie. Sie ist immer noch irgendwo auf der Welt und hat selbstbestimmt entschieden, euch in eurer Funktion als Partner zu degradieren. Sie sieht euch nicht mehr als gleichwertig. Und aus der niedrigeren Position heraus könnt ihr aktiv nichts mehr erreichen oder auslösen. Das ist auch nicht eure Aufgabe oder generell an euch. Das kann in ihr passieren. Konzentriert euch in der Zeit auf Dinge, die ihr kontrollieren könnt. Eure Entwicklung. Dadurch bekommt ihr am wahrscheinlichsten wieder eine Chance. Macht's gut und bis zum nächsten Video.